hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren watchdogs let's play und ja ich habe mich schon mal ein bisschen vorgeschummelt hier steht meine karre da vorne ist der nächste nächste quest und ja mal gucken wie es hier weitergeht wahr nehmen wir es mal an gucken was passiert bis gleich sie hatten so viel vor mit dem viertel gebracht hat nur dass jetzt alle banden unter einem dach sind von der stadtteilgemeinschaft bleiben nur noch wohnblockgemeinschaften die spielen nett oder ziehen weg ich werde mich mal um sie herausfinden was diese machen das aber war ja klar müssen wir uns wieder in so ein blödes viertel reihen die typen haben das zu einer festung ausgebaut allein komme ich ja nicht rein ich schleich mich in ihr netzwerk und dann wenn wir einen blick hinein so mal kicken boah da sind ja auch du scheiße ich glaube hier muss ich wirklich durchschleichen haben wir nicht eine kamera oder sowas dass ich mir einmal die gegend hier abchecken kann oder sieht mich schon einmal das geht ja relativ fix war ich versuche mal von außen ranzukommen aber das sieht schon wieder total hoffnungslos aus dann gucken wir uns erstmal hier so um vielleicht finden wir schon mal was dass ich mich zuerst Tja sieht aus, als müsste ich mich hier einmal so durchhängen mal gucken, vielleicht hauen die jetzt alle nach und nach ab ob ich den jetzt anquatschen kann, ist ja natürlich auch geil, aber ich glaube ja nicht so gibt es nicht eine andere Möglichkeit, wie ich hier reinkomme, muss doch irgendwas geben was ist denn hier mit, komme ich hier rein, nö, oder, nein ui, das war viel, viel Geld, was haben wir da, den können wir auch hacken, den können wir auch hacken kann ich hier durch die Tür, schade puh, ist gar nicht so einfach gucken, ob ich irgendwas anderes finde die Tür vielleicht, auch nicht also so von vorne da rein, das würde ich jetzt auch nicht so wäre, glaube ich, eine richtige Scheißidee ja, na gut ah, da ist irgendwas ich glaube, dass ich alle Probleme mit einer Waffe muss es mal begreifen der Rächer, jeden verfolgt das ist die neue Art vom Keller, mit der wir es zu tun haben eine Waffe hat nur ein Problem die jemand schnell töten muss scheiße, was über deinen Gegner nie siehst was, wenn er dich erledigt, ohne dass du ihn triffst mir wird das nicht passieren und ich werde in der ersten Reihe sitzen, wenn ihr den Klamm ausscheint das ist doch ne Kacke ey ich muss doch irgendwie hier reinkommen, ohne gesehen zu werden oder wenigstens von oben, dass ich ne gute Sniperposition habe, oder so was ist denn das da, ne Kamera bringt mir noch nicht viel, anscheinend aber nicht wirklich und halten wir den auch nochmal wow ich glaube, ich muss mal zum Geldautomaten so, gucken wir mal auf der Seite noch dann haben wir, glaube ich, alles abgesteckt ja, das sieht doch schon eigentlich ein bisschen besser aus, würde ich sagen na, komme ich da nicht hoch? doch, doch wie wollte ich das sagen aha also ich könnte mal das Tor aufmachen äh ok was haben wir da denn was haben wir da denn schönes da müssen wir nachher rein, würde ich sagen gut ja, was hat mir das jetzt gebracht hier ja, nichts na super na gut, dass ich es geknackt habe ey da oben ist der Sniper wie kriege ich die jetzt alle hier weg ja, aber ich muss mich wieder durchschlagen hier da ist ja noch einer da ist einer Stern, Stern ok damit hätten wir schon mal zwei da vorne sind noch zwei das Problem sind die Sniper da oben ich versuche es einfach scheiß drauf na komm schon na, der ist auch weg wo haben wir da noch Leute da hinten kommen zwei na komm schon komm schon komm schon wow wow von wo ok laden wir erstmal nach den Typen da oben den versuche ich mal mit der Sniper zu kriegen wo sind da noch welche da hinten sind noch zwei den haben wir so, wo ist der Nächster da hinten muss noch einer sein den haben wir auch weg ja, ein Sniper ist noch da das weiß ich na, wo bist du denn wo von wo denn gut dann können wir uns auch noch von wo von wo von wo von wo ach da nein ok aber es sah schon nicht schlecht aus also ist auf jeden Fall machbar und das war eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt glaube ich damiens IP zeigt irgendwo hier hin die Typen haben das zu einer Festung ausgebaut allein komm ich da nie rein ok ich schleiche mich in ihr Netzwerk und dann können wir einen Blick hineinwerfen also von der anderen Seite ging es deutlich besser ich werde nochmal auf die andere Seite gehen das war nämlich eine coole Idee ich hätte nur anders vorgehen müssen vielleicht habe ich ja für die Sniper ja auch sowas wie ein Smart Gewehr gut ich versuche es erstmal mit der Waffe hier na wo ist er da vorne ok so 2 da hinten stehen noch 2 gut ich gucke mal ob ich für das Scharfschatz zum Gewehr ne habe ich nicht habe ich für die Waffe ne egal wir machen das mit der Sniper da vorne ist noch einer der ist auch weg ok ok den haben wir ja mach du mal der wird gar nicht merken was er ist weg ja ok die 2 Sniper sind weg ich brauche auf jeden Fall eine sichere Position da hinten laufen schon da hinten laufen schon die Ersten da kommen sie na komm zeig mir dein blödes Gesicht zack der Erste ist weg da ist noch einer da ist noch einer scheiße schön nachladen na wo bist du denn der ist auch weg werden sollen auch noch 4 Stück sein na wo seid ihr denn scht also ja das geht jetzt ja ja da Na komm. Na komm schon. Der ist weg. Der ist weg. Da hinten sind noch zwei. Da ist schon einer. Einer fehlt noch. Da ist er. Na komm. Zeig mir dein Gesicht. Super. Damit wir jetzt auf unerwartete Überraschungen gefasst sind, nehme ich mal hier das Maschinengewehr. So, das haben wir. Wow, 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 wow. Okay, den haben wir auch. Gehen wir am besten da, das ist nächstes hin. Dann wird wahrscheinlich bei dem anderen gleich auch einer auftauchen. Und dann geht das wieder einmal. das hab ich mir nämlich gedacht wüsste ich aber alter keule so einfach mach ich dir das nicht oh was hab ich denn da jetzt gemacht mülsack kicking ja sauber das war der letzte ich finde das schade dass man immer so oft rumballern muss jetzt besser gefallen doch schon mit schleichen weiterkommt aber das ist halt so extrem schwer dass das schießen nicht besser ok da sind schon wieder zwei leute shit woher kommen doch alle hier zwei stück sind noch da irgendwo da vorne muss ich aufpassen nicht dass die mich noch kriegen ich glaube die sind da am tor ich glaube die kommen jetzt rein der ist weg einen haben wir noch der müsste links von mir sein okay geschafft na dann wollen wir direkt mal gucken was sich hier drin verbirgt und los geht's naja jetzt kommt bestimmt noch mal eine halbe armee die mich hier jagt das habe ich mir nämlich gedacht die töten sie alle was 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 Wow, 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 wow Lauf weg, Mann Gut, dass ich vorher noch geskillt habe mit dem leichters schießen und so. Einer ist noch da. Na, wo bist du, Keule? Na, wo bist du? Wer ist da drinne? Shit. Ob ich das hier oben auf ist? Hui, Bedrohung ausgestellt. Okay. Nehmen wir eins von deren Autos. Ja, wir sind verbunden. Jetzt kannst du einen Blick nach Rossi Fremont werfen. Danke. Für alles. Du warst eine große Hilfe. Hey, einem Abenteuer kann ich nicht widerstehen. Dann sind wir also fertig? Nein. Ich fange gerade erst an. Ich muss da rein. Ein paar Antworten finden. Und meine Schwester finden. Und sobald du deine Antworten hast, was dann? Dann finde ich raus, wer dahinter steckt. Und sorge dafür, dass sie bezahlen. Jeder einzelne, der mit Linas Tod zu tun hat. Bist du noch da? Ja. Ich bin da. Okay. Ich sehe dich dann. Wahrscheinlich hat sie auch damit zu tun. Ich sehe es nämlich schon ziemlich böse. 100 pro. Wir haben ein neues Ziel. Wir müssen da hin. Naja, klar. Gut, das war es aber auch schon wieder. Das Let's Play ist schon wieder vorbei. Es gab diesmal ziemlich viel Rumgeballer. Ja. Was soll das bitte heißen? Ich habe da was mitgehört. Wir verkaufen das Zeug kistenweise undercover. Die Frage ist nur, wozu? Und, und, und wo? Äh, und natürlich wer? Der Weiß. Ja, genau. Ich zeige dir, wo die die Sachen verkauft haben. Aber nachsehen musst du selbst. Nur eine Sache. Du erwähnst mich in deinem Manifest. Ich habe gar kein Manifest. Ja, das ist jetzt sehr, äh, jeder der, Mission und Kisten enthält, Herstellungstools, ja, das ist okay. Ich besitze mich später durch. Ja, auf jeden Fall, äh, war es das schon wieder vom Let's Play her. Ich mache mich schon mal auf den Weg zur neuen Mission. Äh, ich danke euch fürs Zuschauen und sag erst mal, jemand direkt in dein Spiel ein. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.